Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Cool Savage KKS. Nach seinem Kollaboalbum mit Sido meldet sich der King of Rap mit einem Soloalbum zurück. Das Akronym KKS steht für King Cool Savage. KKS beinhaltet 11 Tracks. Features kommen unter anderem von BOZ, CR7Z, Oli Bagno und Sido. Das Album wird über SR Entertainment veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.